Herzlich Willkommen zurück bei ... Wir machen jetzt einen 15 Minute Part ... das working on bis 16 jetzt habt ihr nicht gehört nein, haben sie auch nicht wo müssen wir nicht lang? wo guckst du mal die Karte hier? ach da, warte noch ist ne Munition an bevor es weiter bei Back in Black Geld gut, du denkst ja leer, also nicht, er lernt sonst brauchst nichts weiter gehts ich wollte nicht wissen, wie ich gerade geschafft habe zu rennen, während ich du brennst gerade hast du gebrannt wir müssen wieder hoch ich guck doch so was man kann nicht selbst warm, man genießt die schöne Aussicht und hofft, dass das Navi funktioniert das ist mir ganz egal wir sind nötig ja yo, dieses ist auch bei uns cool ja ein Team Kamerad mehr what the fuck schon wieder ein Gas, wutsi abneilen oh, jetzt sind wir schon Kapitel 7, landung wird das einfach nur gebraucht, landung? das ist ja unterbelang scheiße scheiße ich krieg ihn nicht fuck aber richtig am Arsch ja der drauf fällt ja, wenn das geht oh nö, auch noch Reva, oh nö, 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 nö bam hohoho voll getroffen volle Breitseite und tschüss das wird ne Bruchgelandung oh scheiße what the fuck einige Schütze ähm Scheiße ich krieg ihn nicht ab muscle ich hab som chiss im Arsch ich krieg ihn nicht ab ja er habe getroffen neiiiiiin so genau lang ist es auch noch so knapp komm 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 warum trafst du denn nicht da seidtreffen ja, betroffenen, Baby ach du zuerst Taylor Da ist ja noch einer. Wir kommen direkt auf ihn zu. Das war knapp. Das war sauknapp. Hat sie gerade so angetastet. Schwul! Schwul! Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Und das kann heftig werden. Ne, schon die stimmt wieder. Unsere Schlampenkönigin ist wieder da. So eine Überraschung. Ich würde mich geehrt fühlen, sich zu erschießen. Oh fuck! Alter, was hat die denn für einen Kacklaser? Die macht unser Schiff kaputt! Och Menno! Das kommt schon! Mein schönes Schiff! Ich glaube, die ist auch dafür, dass sie eine Brotplanung machen. Also sind wir wenigstens nicht selber fit. Voll in mir brennt der Arsch! Ja, ja. Ich hab Feuer unter dem Arsch! Alter, ich seh nichts mehr! Das ist eine löde Schlampe, Alter! Da ist es doch! Boah! Oh Mann, Alter! Ich glaub nicht das! Ab! Ippi! Au! Gerüstet! Bruchlandung! Yeah! Oh Mann! Alle noch in einem Stück? Nein, ich hab mein Bein verloren! Ich sag Bescheid, sobald ich weiß! Ja, ich hab mein Bein verloren! Wer ist das? Mutti! Mutti! Bist du das? Sieht aber ganz komisch aus als Mutti! Hoffman! Du knisterst! Tu ich nicht! Doch, tust du! Ich furze! Ja, das wird's ja voller nach Furzen! Oh, die Krister eben! Was dagegen? Das ist unser Bruder Hoffman! Guter Kommandant! Okay! Ganz hart! Ich weiß! Okay! Okay! Ja, ich weiß! Ja, weiß ich! Ich kann nicht lesen! Ja, ich weiß! Ich habe nicht den Weg auf dich genommen, um nach meiner Gesundheit zu fragen! Nein! Wir haben was für euch! Den Schlüssel zu Prescott's Datendisk! Du musst das ja wirklich verdridden! Ich hatte das verdammte Digg schon was abgeschrieben! Stimmt! Sie entdehlt Informationen darüber, vor Prescott meinen Vater Festheit! Asura! Was гор ар traden? Was weist du? Dein Vater Festheit! Er hat mir eine Nachricht geschickt! Er ist doch nicht gefühlte Bomben! so ein Kindersender so läuft's nicht knistern tue ich nicht dann sind wir aber schon bei Akt 3 was ist nur mit uns los Kapitel 2 äh 1 ich kann nicht zählen naaaa 20h35 als jetzt ey kaum sind wir da kommen schon die ganzen Madenviecher nicht zu geil Action 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 nein wen ich mich jetzt das ist doch Domi Dom 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 Rats Oh Waffen 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 hm hm zumindest das Länger auf geht's was hast du denn HALLE 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 nach vorne an die Front und die liegen über Lanth aufs für dich oh yeah hab ich die denn da bei mir tut es voll, ich freue mich! Alter, das sieht so geil aus! An die Front! Knallt sie ab! Ich will nicht so bunnriegen, aber da oben ist es in Univer langgeflogen! Nicht schießen, lasst sie brennen! Ich will Hackfleisch! Kammelfleisch! Ich will ein Steak! Deswegen, nicht schießen, lasst sie brennen! Ich habe gerade ein bisschen verlaufen! Ja, drüben... Ja, das ist richtig! Weil in der rechten Seite hast du auch noch einen Beschützkanzel nehmen, weil ich bin in der linken... Ich bin in der linken Front! Und du bist in der rechten Front! Ja, da bin ich! Ach, da ist er doch, der Riva! Der Riva! Der Riva! Der Riva! Und der Riva! Und er ist tot! Ein Schuss nicht, weil ich einen One-Shot nehmen kann! Ist Gott hier? Oh, wie die alle wegfetzen! Er ist so guter! Riva! Kriegst ein Piercing! In der Fresse! Ohohoho! Da hat noch ein Schuss mit dir! Wie schön! Ja, 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 ja! Scheiße! Ah, jetzt! Nicht zu kurz! Nach lang, selbst geht's weiter! Back and back! Och, Scheiße! Warum war nichts mein Kacktenschutz? Oh, hat dir das gesehen? Ja. Wunderschön! Kackten, Kumai, Gitarra kratschen. Forever alone, sag ich nur. Uh, das ist so knapp. Schlappschwanz! Hast du noch mit da? Ihr seid alle schlappschwanz, ihr habt alle nur so einen schlappen Schwanz. Und woher ich das weiß? Ich hab nämlich drunter gesehen. Ich hab eure Lümmel alle gesehen. Ich hab eure netten süßen Lümmel gesehen. Ich glaub, ich verwechsel sie gerade mit den Lümmelmännern. Also nimmts mir nicht übel. Oh, ich hab sie... Beine geschossen! Alter, was bist du für ne brutale Sau? Ne, meinst mich? Ja, wer denn sonst? Haha, voll, naja. Was ist... Wie sagen immer die harten Jungs? I have bowls of steel! A bowl of... What the fuck? Young, what the fuck? Ach du Scheiße! Knallt das Color Bull ab! Ich würd sagen, zurückziehen! Ach du Scheiße! Äh, ja, zurückziehen würd ich sagen! Ne, 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 das geht noch! Das geht noch, ich kann noch! Wie, das geht doch, bist du... Kloppt! Durchhalten bis zum letzten Mann! Wir erkennen... Okay, Rückzug, Rückzug, alle zurück! Das meine ich doch! Rückzug! Wir sind am Arsch! Gib die Basis auf, wir haben verloren! Wir haben verloren! Wir haben verloren! Aber was kommt... Das ist ein süßes Teil! War nicht irgendwie so ein Scheiß? Oh! Oh, yeah! Vulcan! Alter, was ist das für eine kranke Minigun Alter, was ist das für eine kranke Waffe Ey, seht ihr das, Leute, das ist so krank Alter Ey, siehst du das, AniChat Ja, Alter, wie die abgeht hier richtig wie Von 0 auf 180 geht die richtig Und ich bin fast tot Hilfe Ich brauche einen Krankenwagen Sani wäre jetzt nicht schlecht Alter, ich mache euch alle kalt Nein, das war jetzt kein Vibrator für mich Das war überhaupt kein Vibrator Oh, die Vibrator Oh, oh Wir müssen hier die Seile da oder die Ente haben Ich tatsächtisch Da kommst du hier nicht durch Oh, kann ich da ballern? Hallo Alter Wie geil Wir misstraten Das ist gerade nicht echt nicht mein Tag Nicht mein Tag Oh, Hilfe Boah, wo bist du? Hast du wiederbelebt? Ja, ich bin schon wieder da Wo bist du denn? Hoffmann, hilft mir, Hoffmann, Hoffmann Ey, Hoffmann Hier sind alle über mir Ach du Scheiße, was geht hier ab? Erzähl vielleicht mal Ja, ich weiß nicht, wo du bist Ich bin unter dir Ja, aber wie bist du da runtergekommen? Wie bist du runtergekommen? Hä? Hast du rechts untergekommen? Geht auf, ich sterbe Wir sind gestorben Genau Doch, fuck Nein Ba 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 Na, licht doch mal ein bisschen schneller Okay, rück zurück Tschüss, auf Wiedersehen Oder das wird doch gar nichts mehr bringen Zwei Minuten Das Scheiß drauf Ehrlich gesagt Scheiß Ehrlich Wirklich mal drauf Bis die Kacke nicht mehr geht Wieder die Vulcan Weck dich Ich hab ne Minigun Yeah, Baby Fuck this Fuck this Backup block Crash mode Ha 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 Aber bleib diesmal hier Ich bin ganz hinten Ja, das geht auch Ich stoppe jetzt mit mir Ich stelle so eine Lenz Und Ich gebe Gas Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ich danke bird Birdy bird bird Ha 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 Tod Meine spezielle Falle Ja, ich würde sagen Hoffentlich hat dich der Part gefallen Wir beenden jetzt an dieser Stelle Ja Oh, du tippe mich auch nix da Ey, fick dich Ich will hier gerade beenden Und das stört mich Also hoffentlich hat es euch gefallen Daumen hoch geben Abonnieren Abonnieren, ihr wisst es ja Kommentare Bitte, bitte super Wäre geil Macht uns wirklich glücklich Und ja Oh, den hast du beides gegeben Da Auf Wiedersehen Ciao Ciao